Na dann, morgen Nacht. Wir schmeißen ne Party. Was geht ab, C? B, ruf uns an, wenn es Probleme gibt, okay? Cole, mach keine Probleme. Ich wette, B treibt es ständig mit Jungs bei euch zu Hause. Das machen Babysitter gewöhnlich so. Ehrlich, bist du jemals wach geworden, als sie noch da war? Dann würdest du es rausfinden. Ich liebe sie. Hey Mann, drei von vier Leuten haben ne Geschlechtskrankheit. Ich wurde zweimal mit Blut bespritzt. Rechne mal nach. Notrufzentrale. Ein Typ wurde gerade in unserem Wohnzimmer ermordet. Sind die Angreifer noch im Haus? Sie sind noch unten und feiern ab. Okay, Babys, fangen wir an, bevor wir dann nach oben gehen und das Blut des Unschuldigen holen. Das würde so dermaßen viral gehen. Niemand zeigt Menschenopferungen. Menschen haben schon immer Leute geopfert. Aber nicht so. Nicht in Amerika mit so coolen Typen. Hey! Komm her, Cole! Hi, Cole! Es ist nicht komisch, wir haben nur Spaß. Wenn man einen Deal mit dem Teufel hat, kann es schon mal schmutzig zugehen. Wieso hat er kein T-Shirt an? Das ist deine erste Frage? Es gibt nur einen Weg, es zu beenden. Fick dich! Tittentreffer! Oh mein Gott, der hat mir in die Möpse geschossen. Welcher Arsch schießt ein Mädchen in die Möpse? Ihr seid scheiße. Echt abartig. Echt abartig. Echt abartig. Echt abartig. Bis zum nächsten Mal.